Amur, insand auf, und rüber, und rüber, und rüber, und rüber, und rüber. Schöchste Damen und Herren, wir haben alles heute. Wir haben Rot, wir haben Schwarz, wir haben Embryonen, wir haben Bullen und wir haben sogar Jerseys. Es ist unser Los Nummer 69 hier, eine Valentino-Tob. Der Valentino, für diejenigen etwas weniger vertraut mit der Jerseysucht, ist einer der absolut angesagtesten Jerseysvererber, die es im Moment gibt. Die Mutter mit Exzellent 92 beschrieben, 93 Punkte im Euter. Sie hat sehr hohe Leistungen, bereits 5 Laktationen jetzt, bei knapp 8000 Kilogramm Milch angelangt. Und schauen Sie sich einmal diese Inhaltsstoffe an. Das ist nicht etwa ein Schreibfehler, das ist Realität. 5,9 Fett, 4,25 Eiweiß, extrem starke Inhaltsstoffe. Dahinter folgt nochmal eine exzellente Coup. Hier also eine Schaufamilie, die Mutter bereits und die Tochter, beide waren Champion an der RUW-Schau. Produktion, Inhaltsstoffe, Exterieur, ein top Jerseys-Angebot. Wheat, Donut, Jersey, das Beste vom Besten. Schon die Augen sind 2000 Euro wert. Darum steigen wir mit 2000 ein. Wer macht 2000 Euro? Hinten 2000. 2000 sind operiert ganz hinten. 2100 auf. 2100, 2200, 2300, 2300, 2300, ja. 2300 und 2300, 2400. 2400 und 2400 und 2400. Jersey 2400 und 2500. 2500 und 2500 und 2500. 2500 und 2500 und Inhaltsstoffe und Inhaltsstoffe und Inhaltsstoffe. 2500. 2500 sind operiert. Wo sind 2,6? Ja, meine Damen und Herren, wer träumt nicht davon im Stall eine kleine Jersey zu haben, die die Hälfte frisst und das gleiche produziert und erst noch Schauen gewinnen kann. Hier vorne links 2500. Wo sind 2,6? Und 2,6? 2500. 2500, Achtung! 2500 für die Jersey. 250 over the Jersey 25. Achtung! 2500 zum Ersten, Zweiten und... 2500? Doe embauch. 2500. 2500, 2500. 2500. 3500, 2500 ist wäre через Hoje zu Hause gefallen. 2500. "'2500.吧. brook.